Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Terrorizing passend an Halloween mit Mr. Duril, Mikandia und Sashiya aka Yoshimitsu. Hallöchen. Servus. Hallo. Ja hier seht ihr ja nur Mikandia und mich, denn der gute Yoshimitsu der ist schon busy. Hausbesuche machen im neuen Gebiet Akarum. Professionelle Dame halt. 1.50. Der Klassiker. Wir sehen uns wie. Und wir müssen jetzt nach... Akarum. Akarum. Das kostet wie immer 10 Silber. Pauschalpreis. Ich glaub auch das sind sie durchsetzt in der Gelände Silber 70. Ja, 10.70. Ja, Moinjö, das ist das gleiche wie 11.20 eigentlich, weißt? Nein. Boi. Ich muss immer runter. Wer den Kupfer nicht ehrt. Ist das Penny's nicht wert? So ähnlich. Wer wird von mir entehrt. Duril hat das Gebiet Umland von allen Mentaria betreten. Es geht schon wieder richtig spannend los hier. Aber wieder durch den Strudel. Der Strudel. Und ja, Sashia kann uns ja schon mal erzählen, was für eine Welt uns erwartet. Also es ist ziemlich buschig hier. Also sehr kalt. Oh. Oh mein Gott, habt alle eure Händschicht dabei? Was ich grad bisschen unlogisch finde, dass es Schnee liegt, aber trotzdem das Wasser nicht gefroren ist. Naja. Ich wollt grad bisschen Schlittschuhlaufe, aber... Wir müssen das Wasser gefroren. Das ist wie so eine heiße Quelle. Das kann sein. Aber dann bist du ja dampf. Theoretisch, ja. Vielleicht zieh. Vielleicht seh ich das nicht mit meiner Schrott gerade. Das kann sein. Wahrscheinlich... Oh. Oh, schneid's da hin, oder? Eine Heißlandschaft. Schnee. Der Winter kommt bald und wir spielen ihn schon mal vor. Oh, da hat man richtig Rauschen vom Wind. Das Pfeife. Das ist echt buschig. Das Pfeife vom Wind. Und ich hab so knappes Kleid an der Zeit. Oh, Miki. Die holt sich der Tod heute ab. Die holt sich der Pfeil fest. Muss viel Feuer machen. Kann's ja machen mit ihrer Feuerattacke. Miki an dir. Die Feuerbauts. Mit ihrem gewaltigen Feuer. Gewaltiges Feuer. Ein Klassiker, liebe Freunde. Oh, ein schönes Dorf da ohne. Let it snow, let it snow, let it snow. Bamarama hat begonnen. Was ist Bamarama? Gell. Sicher so, wie so Ramadan, sowas. Ja, wir sind fast im Monat. Vielleicht in Terror Rising fast im Monat. Ja. Oh, Touristin von Arcarum bin ich jetzt. Fortschritt erreicht. Well done. Welcome to Arcarum. Kommt herbei, kommt herbei. Wir sind da. Oh, kalt. Seid gegrüßt, Werderecken. Hallo Saschia. Servus. Ah, wo bist du? Alter, bei mir hat's grad voll den Leck gett, ey. Ja. Der Hanna. Oh, noch ist der Grau bei mir. Das Trio ist wie der Verein das magische Dreieck im Winter. Dann gib erst mal an, oder? Kacke, mach's an. Torsten ist auch wieder dabei. Fiona und Emma. Wee. Emotional heute wieder. Mhm. Jetzt müssen wir zum Georif. Boah, schöne Häuser hier. Aber vom Ding her sieht's genauso wie Popolion aus. Ja, stimmt. Bloß ohne die Poporis. Aber sie sind genau die gleiche Struktur fürs Dorf verwendet. Helfen wir einander. Spitzel billig. Boah, welches wirst du? Das ganze Dorf noch gar nicht gesehen. Boah, was ist das? War das nur Ohrgriff grad, Herr? Nein. Das war ja komplett offensiv gegen mich gerichtet, oder? Höllisch, oder? Haben die die hier auch, Herr? Also manchmal frage ich mich echt, was manche Menschen sich eigentlich denken, dass sie mich einfach so obhaben. Bei mir hat's nochmal ne Quest. Bin schon wieder konfus. Faule Äpfel. Warte mal, wo muss man hin? Ja, Opa zu mir. Entschuldigung. Sashia. Ach man. Ein fauler Apfel. Okay. Oh, das ist sogar im Dorf drin, die Quest dann. Ah ja. Haben wir hier was? Ne. Was ist das? Friedhofsbesucherin. Oh mein Gott, es gibt auch einen Friedhof. Ja. Das ist böse. Es schläft niemals. Ach, er hat doch Getreidehändler. Können wir uns noch ein paar Brötchen holen, oder? Ich glaub, eher ein bisschen Korn. Korn trinken wir dann eher, wenn schon. Heidehändler. Vergesst nicht, warum wir kämpfen. Vergesst nicht, warum wir kämpfen. Vergesst nicht, warum wir kämpfen. Du, der fragt immer was von. Warum kämpfen wir eigentlich? Ist schon wieder im Ort. Oh, das Pfeife geht mal langsam auf das Sack da her. Oh, das ist realistisch. Ach, du, daran musst dich jetzt gewöhnen. Ja. Übelst du realistisch? Ja. Das kann mir auch voll eng. Hm. Es hat was aber. Man merkt schon. Ich bin die Föder-Vation. Ich weiß nicht, du hast gerade gesagt, ich bin Chikram. Ich bin Chikram. Chikram, so heißt er. Ah, sie führt uns wieder raus. Also, wie geht unsere Reise jetzt endlich? Stopp. Da. Da. Oh, süß. Heiwan. Da ist euch am Riemen. Ein Mensch. Der gute Heiwan. Ah. Jetzt wieder nach oben. So, Karine. Also gleich kennen wir den ganzen Ort. Ja, siehst du, das ist wahrscheinlich so ein Eiführungsding, um den Ort mal kennenzulernen. Ja. Eiführung. Ernsthaft. Dann warst du jetzt wieder da. Oh mein Gott. So, Shia, a.k. Yoshimitsu, ey. Seine Sau. Was liegt an? Unmöglich, oder? Mhm. Und jetzt heißt's... Zum Kron. Zum Kron? Ja. Ah ja. Zum Kron. Oh, was ist das? Nein, Duril. Schäm dich, Duril. Ich hab nichts getan. Jetzt müssen wir hier raus. Kann man jetzt mal bitte den Ort verlassen? Ich glaube, man wäre ja schon wahnsinnig wieder. Mhm. Sashi hat nur noch ein Führer im Kopf. Was? Was? So, Jungs. Oh mein Gott, wir gehen raus. Und es ist kalt. Es ist kalt. Oh mein Gott, ich friere. Jetzt ist mir hier den Weg entlang. Was für eine wunderschöne Landschaft. Berg, Tyrannas. Ist er hier hoch? Oh, ihr seid zu schnell. Warte. Dahin kommt's stampfen da. Hä, 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 hä. Okay. Oh, was ist denn das dahin? In die Richtung. Was? Seht ihr das? Am Horizont dahin. Oh mein Gott, eine Festung. Mhm, was ist das? Karte öffnen, bitte. Karte öffnen. Das ist alle Mantaya. Nein. Doch. Doch, hast recht. Erstmal wieder spreche, gell? Ja, das ist im Prinzip. Guck mal, rechts von uns. Was ist denn da? Da, wo ich hinguck. Da ist ein Turm, oder? Äh, nicht nur einer. Nee, das ist Velika, oder? Nee, Velika ist auf der anderen Welt. Das ist die Tadelle der Folter. Ist das die Instanz? Das sieht eher aus wie Finstereminen, oder so, aber ich glaube, da ist auch Instanz, oder so, in der Nähe. Wenn ich mich recht erinnere. Alter, massiver Leckrad, oh mein Gott. Da sind wir wieder, liebe Freunde. Wir haben uns ins nächste Lager geflüchtet, um die technischen Probleme zu beheben, die es leider gab, aber jetzt hoffe ich, dass alles wieder flüssig läuft, und dann machen wir mal normal weiter, hier in diesem Dorf. Für die Föderation. Und die Forschungsstation. Und die Forschungsstation. Ja, Forschungsstation. Ja. Der, in der Gletscherbucht. Das ist wie Soldatenehre. Erstmal die ganze Queste da an der Woche. Unmöglich viele. Ja, aber das sind wir ja gewohnt, oder? Warum seid ihr hier? Und dann folgt das Massaker wieder. Für die Föderation. Massaker. Wir können auch nichts friedlich lösen, habe ich so das Gefühl. Doch Botengänge. Ja gut, Botengänge muss friedlich lösen. So, ich glaube, ich habe alles. Ah ne, da kann man eine kleine abgaben. Also theoretisch müsste es jetzt fünf Quests sein. Oder? Ähm, ich habe hier noch alte offen, warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Ja. 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 Kommt hin. Okay, dann können wir schon mal ein bisschen anfangen, dass wir in der Folge noch was Produktives machen. Ah, dann geht es gleich los. Ah ja, die Hämmer der Hauschmüchse. Mhm. Auf dem Friedhof bei Crescent. Crescentia, oder? Glaub, Crescentia war es, ja. Dabei Bastion Lock in der Nähe. Stimmt. Diesmal nicht für mich, Micky. Nee. Aber für mich auch nicht, Dori. Wo, 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 wo? Ah, da. Ja, oder lag das schon rum? Nee, ich weiß. Trommel mal, oder? Ah. Es ist wieder Trommelzeit, Micky an dir. So schier kannst du. Was? Lachst du mich aus, oder was? Du lachst gerade so geil im Boden. Jetzt kommen gleich sechs Stück, ja. Das höre ich öfters. Da bist du mir bewusst, dass du das hast. Au! Ey, Leute, was ist ja los? Oh, die Hälfte... Oh, die Hälfte rennt wieder weg. Das ist ja scheiße, Herr. Ich hab's ja zwei Trommeln. Micky, du musst ja mal die Ruhe bewahren. Wo sind die andere, Micky? Tau ich nicht. Ey, ich bin wieder weg. Die Fliege, ah, weh die Fliege um. Keine Gegner für das DMD, Alter. Jetzt hier runter. Uah! Tyrannimo! Ich bin wieder ins Lager geflüchtet. Sonst ging's gerade nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, geht's gar nicht, Doreel. Es ist... Geradeüber ging's halt wieder gar nicht mehr. Dann bin ich wieder geflüchtet. Jetzt geht's wieder. Warte, ich wag mich wieder raus. Es ist... Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Sobald ich hier runter springe, geht's wahrscheinlich nicht mehr. Und? Geht's? Geht. Nutzen wir's aus. Verdichte mal alles, was uns in den Weg kommt. Wie langs geht. Mhm. Und die Reiter brauchen wir nicht mehr. Ja. Was brauchen wir jetzt? Bola-Eissapfen. Achso, die Reiter brauchen wir nicht mehr. Hast du gerade gesagt? Ja. Auch da. Bei den Reiter. Hehe. He. He. Aber frag mal, tut du nicht. Ha. 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 Süß. Ha. 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 Haha, Da kommt der ARK!」 Impuls der ist halt so larm wie er der ist vorher verhungert Trotz allerglauben da kein Impuls das war eine Zeit wo der Mord der Mordgeier war ich glaube kommt mal nach der Hähne hier in das Örtel Neue das ist doch kein Örtel, das ist schon verlassenes Lager nein, da hat es nichts weischt, dass man ihn jetzt aufsammeln müsste oder so das ist der Gleit-Lombies raus da links das kann man auch schon lange nicht mehr ne deine Brut kommt doch eigentlich gar nicht mehr der Nachwuchs schockt du bist nicht so aktiv gerade oh scheisse haha beste Bombe aller Zeiten die die waren ziemlich scheiße oh, die haben wir auch schon lagged oh mein Gott, die lags sind überall heute lagged Sekundig kriegt bisschen Schutz von mir Schutz ist wichtig jetzt ich halte ich halte die Börse ah, nice one war mega, kommt nur wieder das sieht man mal, dass wir das lernen können ja war noch 18 Stück 15,30 yes ich greife mir gleich hier noch auf hier das ist doch wahnsinnig, was nur da ist, das töne muss man was ich gehe noch da in das Eck tja, Freunde lauf doch nicht weg seine Bitch, oder? ey, der läuft die ganze Zeit um mich herum ich sag's dir ich kleines Bastard kleines Bastard ha 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 hast du mal ehrlich Bastard verniedlicht ha 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 ja das ist schon mal in meiner Karriere bisher auch noch passiert ich wollte ein bisschen den Schaden verringern, weißt ah, jetzt liegt dein Bruder jetzt komm ich ich bin das Schwert neigesteckt und gut wahr oder Hanne? warte, mach mal erst noch die kalt der kalt ist doch schon mit hee 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 da wo oh man, hey du so bei dem Rasierblatt hin na Rasierblatt warte da läuft noch so ein Eumel rum Die Kleine fehlen uns noch, oder? Ja, ne, aber. Oder? Siebe von zwölf, irgendwas fehlt noch. Da, hier. Komm, wir nehmen das Holz. Juri. Miki? Ja. Jetzt. Sägeblatt war am Weg. Verjüngungsfähre. Nee, die haben wir alle. Hier können wir weg. Aber irgendwas, siebe von zwölf. Äh. Asche. Asche der Knochen und Toter. Selma, siebe von zwölf. Ja. Gehen wir hier hoch. Was für eine Folge mal wieder, aber das gehört dazu und ist lebensnotwendig. Ist das eine Pflanze am Boden? Teurer Pflanze, doch. Echt? Wo? Hier, bei dem Dicke. Leute. Was tut ihr denn da? Guck mal, ob die gut ist. Oh. Ah. Äh. Ah. Sorry, was ist bei uns los? Das klappt nicht, oder? Zu dritt kriegen, weil ich den gepflügt. Uh. Oh, ich habe eh Flick gekriegt. Ja, es ist halt nicht zu viel Pflüge hier. Wir sollten uns jetzt eher... Oh, Duril. Du schau mal, bitte dich eine schöne Sache bieten, weiss. Ja, aber ich will halt in der Folge noch eh nieproduktiv sein, das ist ja scheiße. Warum kämpft ihr dann mit denn? Ja, der Duril hat mal wieder geendet, weil. Ich habe geendet. Du bist doch wieder drin. Da war keine Zeit für jetzt. Vicky, du bist doch wieder drin. Ja, ja. Nicht vom Thema Ablenke hier. Ja, Leute, wo ist denn hier die Asche? Links. Ja, Runa, da, bei zwei. Ja, geh mal da. Ja, ja. Oh, Vicky. Okay, weiter geht's. Attacke. Wir müssen die Zeit nutzen. Wir wollen nur Produktives zeigen. Oh, ja. Ja, deswegen gibt es hier eine Schnittfolge, aber Freunde, das ist schon einfach jetzt gerade notwendig. Dann muss ich schon mal ein paar Schnitte servieren, oder? Energiestern! Bam! Dann muss ich ja wohl frische Schnitte. Da Holz sammeln, oder? Ja, paar Schnitte. Sind so ein paar Holz-Scheitl? Holz-Scheitl-Schnitte. Holz-Scheitl. Seid auch so ein Scheitel. So, da unten noch, oder? Die da? Machen wir immer schnell durchgang da. Arscher, Hämmer. Spür meinen Stab! Gott, Wolf! Da, wo noch ein Holz-Stab? Auf das Holz noch, dann machen wir mal Folgepäuschen. Und dann mal gucken, ob wir... Oh, was ist das? Ein Arbeiter. Ach, schon mal scheißegal, da. Oh, mit dem müssen wir mal reden. Für deinen Hilfe? Daniel, hast du Ordnung, wie man das fixen kann, da? Ja, na. Wir haben ein wenig Grafikprobleme. Nein, da, wo ist Holz? Holz? Ich sag mal, hier muss doch irgendwo Holz rumlegen. Holz! Holz! Schwärmt aus und sucht. We need Holz! 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 Die Suche nach dem Holz, für das Dreieck. Für das Dreieck. Auseinander! Oh, yeah! Wo ist denn dieses verschissene Holz jetzt mal ganz ehrlich? Du, wenn ihr das wüsst. Was für eine Folge. Ich finde keine Worte dafür, Freunde. Ich hab... Du hast... Ja, komm zu mir. Du strömst zu Miki. Du strömst zu Miki. Welcher von denen der Punkt ist Miki? Ah, shit. Und ich glaube, ich reine das Sashia zu. Das ist nicht schlecht. Sashia ist nämlich auf dem Weg zu Miki. Aber Sashia steckt gerade fest. Sashia, AK. Was ist das, der Kärchen mitzunehmen? Welchen hier von euch? Ich bin... Ich bin unterhalb von Odin's eisigen Fahrt. Das war, wie weit bist du, Kriter? Hier bist theoretisch jemand von euch sei, aber ich bin zu hinten. Ne, ich laufe von dir weg. Ah, da oben bist du. Ah, du hast geändert. Ich? Ich muss weinen. Scheiße. Das ist mir nur noch zum Heulen gerade, ganz ehrlich. Fähigkeiten werden von Infusion beeinflusst. Da habe ich so einen Dicke... Ah, ist das Sashia aus. Ah! Holz. So, das letzte Stück Holz. Scheiße. Du, ja. Dann können wir hier hoch auf den Pfad wieder und runter reiten und dann haben wir alles. Vamos! Alla Playa, oh, oh, oh! Jetzt ist euch! Oh, ich habe mich gerade voll verschluckt beim Lachen! Das kommt mir vor. Ah, das ist da gerade übelst, wie du gerade gesungen hast und dann ist Mikandia stand auf dem Pferd drauf wieder und hat nur dabei mit dem Arm so gewungen gehört. Das war halt nicht für Götter. Oh Mann. War das bei dir auch, Doreen? Ich weiß nicht, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Scheiße, ich würde es gerne mal sehen, wenn ich auf dem Pferd stehe. Seid gegrüßt. Wir werden es erfahren. Erstmal muss man die Folge irgendwie in den Griff nehmen. Los, sprech das auf! Ne, ich sehe immer nur, wenn es mal hängt bei uns, wenn einer auf dem Boden reitet, ohne Pferd. Ich bin ganz froh, ich helfe gern. Oh, die Quest haben wir vorher nicht gekannt, oder? Ne, die haben wir gerade erst freigeschaltet. Und deshalb, Freunde, bevor es hier jetzt wieder anfängt mit... Ja, es fängt wieder an. Deshalb verabschieden wir uns jetzt mal in die nächste Episode, hoffentlich. Ohne Probleme, wobei man das hier nicht sagen kann, aber... Trotzdem, danke fürs Zuschauen. Da muss man drüber stehen. Das kann man doch verkraften, oder? Das kriegen wir hoffentlich wieder hin. Und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss! Ciao! Ciao!